ich habe mal wieder eine neue waffe für euch testen können denn ich glaube da hat aktivition raven software keine ahnung wer sich darum kümmern muss oder treyarch mal wieder bock geleistet würde ich sagen bei der c58 nämlich da stimmt irgendwas mit dem rückstoß nicht das sollte ja eigentlich genauso bei der fahrer angepasst werden also ein bisschen verschlechtert werden dass wir die waffen schwer kontrollieren können ist glaube ich bei gewissen ausrüstungen oder bei einer gewissen ausrüstung ja wurde das gleich vernachlässigt wir schauen uns an wenn euch das video gefällt ihr was neues lernen konntet könnt ihr gerne leichter lassen schreibt mir in die kommentare ob ihr irgendwelche solche fans momentan kennt in dem spiel und ja folgt mir auf twitch und aktiviert die glocke damit er nicht so verpasst so was ist das problem mit der c58 ihr seht jetzt schon im hintergrund ein bisschen in die wand reingeschossen und da seht ihr auch schon recht schnell was sich da abzeichnet also standard c58 hatten recht geraden rückstoß nach oben ein bisschen nach links würde ich sagen sie die waffe wenn man dann schon das dreimal wie sie ausrüstet da wird der rückstoß schon ein bisschen verringert und zusammengestaucht also die schlägt nicht mehr so weit nach rechts und links aus rüsten wir dann aber das roll cross viermal wie sie aus merkt man sofort da haben sie einfach vergessen den rückstoß anzupassen die waffe schießt genauso wie vor dem update ich denke das wird in der nächsten zeit wahrscheinlich ausgebessert aber benutzt halt so lang es geht würde ich sagen also so ein bock wenn die den schießen muss man schon ausnutzen das ist wahnsinn die waffe also meter ja doch die ist meter die waffe momentan gucken uns doch immer die time to kill noch an die time to kill seht ihr schon die c58 dominiert eigentlich schon mal alles bis 25 meter würde ich so sagen und dann wieder ab 38 wenn man großzügig sind 38 metern dann schreddert die alles weg und jedes andere sturmgewehr in schatten die xm4 auch mit angepassten rückstoß mittlerweile viel besser jetzt hält da nicht mit die ist genauso wie die c58 eigentlich also nur halt langsamer im time to kill weil sie nicht so viel schaden macht die krieg kann ein bisschen von circa 27 bis 38 meter mithalten und die fahrer war ganz kurz ich würde sagen so zwei meter ist und runter und dann ist er auch schon wieder schlechter also eigentlich ideale waffe um auf lange distanz zu schießen die c58 spiele wie folgt agency mündungsfeuer dämpfer sonderkommandolauf das roll und cross viermal visier als unterlauf den feldagentengriff munition 55 schusstrommel und ja das war es dann schon auf lange distanz kurze distanz könnt ihr jede mp spielen die momentan meter ist ich verlinke euch hier jetzt oben nochmal mein letztes mp video da könnt ihr gerne mal reinschauen da habe ich ein bisschen über die momentane mp meter geredet guckt euch an vielleicht hilft sich ja und das war es dann auch schon lautet fände lassen im einsatzgebiet bekan für dort die einfach ein Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Auf der Himmel ab. Der Feind spricht über den Himmel ab. Der Feind spricht über dem Gebiet ab.